zu boys das abonniert und keine weiteren folgen von boys das verpassen ich werde mich auch über ein like freuen weiter folgen ein paar freigestellten passen auch dazu gekommen neue season spiel mir jetzt einfach einfach so lohnt es passt mit den trophäen gleich auf die mitte gehen 25 kein zum und reichig auch schon und gleich im sieg dann machen wir wieder plus 10 und kommen zusammen auf die tausend zu jetzt kann man keine meilenstein brawler mehr freischalten jetzt neu die box entfernt und parlor wo er mehr mehr hat sich nicht gerne aus als größe die box entfernt wo verstecken sich da so showdown wo steckt er sich ach da und wieder er ist da komm wirst du wieder so viel aber war man gar nicht auf die tausend ne dann nicht ah da tausend der eigentlich mal eigentlich box freigeschaltet der beste ist auf acht ich bin weiter jetzt einfach auf die mitte und sie holen wenn wir heute noch ein bisschen wenn es wohl bei spielen damit ist frei auch schon in diesen power punkten paar gesammelt warum muss der box jetzt hier rein jetzt nicht verlieren gleich haben wir die uti und wir kommen jetzt auch mal passieren wir wollen ein bisschen längere spiele machen na da bisschen längeres spiel einfach auf das war ein bisschen auch nicht so gut das ist ja auch nicht in einer minute vorbei oder in zehn sekunden schießen wir doch hätten wir schon noch ein tor fehlt und tor probieren wir doch so wie im Jagd aus ja und den sieg wieder und gleich noch ein tor schießen und dann hätten wir das dann können wir gleich probieren Jagd machen ob noch alles dann machen wir mal ein bisschen showdown wir haben nur 15 von 64 brawler da unten kommen die ganzen legendären und chromatischen ich bin jetzt ein bisschen jungen zusammen ich bin jetzt ein bisschen länger da ist dann bleiben und die zeit erwarten passen eine so einfach gewinnt man ein bisschen verteidigen lang ist zwei minuten gedauert aufgaben haben wir noch erfüllt wir haben jessi freigeschaltet können wir versuchen der will auf bank ziehen zu bringen auf bank 9 und dann auf 10 und dann auf 15 das ist unser bester bruder ist Hier sind wir schon mit dieser Runde erstmal fertig. Nein. Also, du weißt, dass man nicht diese Folge Boysters bis zu den nächsten Folgen von Boysters. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.